Hallo Leute, willkommen... Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Super Mario World. Wie ihr vielleicht hört, ich bin erkältet und ich bin noch nicht alleine. Nein, MrFailerLP ist nicht dabei, sondern... Help us mind, der Mirko, falls ihn jemand kennen würde. Ja, hallo? Ja, hallo erstmal. Ja, das hat nicht toll, ja. Ja, hab ich schon in zwei Wochen nicht gezockt und so viel aufgenommen. Es hat so viel Spaß dieses Spiel, dass ich schon Nerven zusammenbrüche bekomme. Das ist aber toll, ja, ja, wo war ich stehen geblieben? Sternwelt? Warte, kann ich mich bewegen? Kannst du doch. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber noch nicht. Ah, du musst das übernachen. Die Budabrucke hier. Warum spiel ich Luigi? Ja, komm. Luigi ist eh besser. Luigi ist scheiße, macht kein Spaß, Super Mario. Die Super Luigi, oder? Ja, und Luigi ist der Bruder von Mario. Na und? Mario macht mehr Spaß. Mario kann nichts. Na gut, dann kann er genauso viel wie du. Hä, 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 hä. Ich werde nur vom letzten Part, ne. Der online ist jetzt im Moment, red. Sternwelt. 13 Minuten für gebraucht. Ich bin dann in Ruhe. Ja. Du hast es drauf. Bestimmt habe ich dir schon alles gemacht. Ne. Bestimmt, schmeich ich dir dann wieder automatisch. Das will ich nicht hoffen. Nein, jetzt. Ich will zaubern. Was sollte das jetzt? Das geht. Ja, spiel mal richtig. Mach mit doch. Nein, in Luft schweben mal gesagt. Nein, 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 nein. Spring doch einfach auf den drauf und dann schmeckst du oben hin. Ja, ich drücke die Leertaste, da habe ich nichts gemacht. Du hast gar nichts gedrückt. Klar, muss man drauf achten manchmal. Was soll das spielen? Boah, nee, ey, komm. Was denn? Hör auf zu spielen. Nein. Lass es sein. Nein. Das ist nichts für dich. Doch. Das ist ab sechs oder nee, da hat nicht mal eine Altersvorgabe. Das ist nichts für dich. Hör nicht nur ein Tobi an. Letzten Part, sag ich ja nur, ne? Ich gerade, äh, wirst du noch gar nicht. Ich habe einen Part gerendert, weil sie, will ihr euch schon drauf freuen? Warte mal, das ist doch. Das ist doch voll verarscht. Warte mal. Ne, der Part ist da bestimmt hochgeladen, wenn ich das schon aufgenommen habe. Und jetzt, bitte lauf und spring runter. Ja, wenn du dieses Video hochledest, ist der andere Part auch hoch. Müsste. Du kannst also so tun, als ob der schon online wird. Lala, lala, lala. Komm, Kamera, mach schon mal. Mach keine Kamera. Kamera, komm. Nein. Boah, nee. Hör auf. Alter, das ist nichts für dich. Doch. Ja, genau. Jetzt müssen wir schlauen, ne? Ich leere nur dein Portemonnaie. Ich konzentriere dich aufs Spiel. Ja, mal, du brauchst du Kirschen, Junge. Ich nehme das als Gebühr dafür, dass ich überhaupt hier bin. Ich habe Arschlebe. Ja, für meine Auftritte. Ich nehme Geld für meine Gastauftritte. Ich habe Arschlebe. Hast du drauf? Oh, ey, wir bräuchten Kirschen, Junge. 60, 70, 80 Cent. Kommst dann gleich mit, na Lidl? Zurück zum Let's Play. Also, da fehlt nichts, Mann. Ey. Da ist man Türken und wird direkt, ne? Hier. Du bist Türken. Du bist fast so schlimm wie Benni. Die Kamera soll sich mal hintermachen hier, ey. Die ist so langsam. Ich bin keines am anderen gehört. Die soll sich mal hintermachen? Ui. Ich sterbe. Bleib doch stehen, bis die Kamera... Kann ich doch nicht. Die Dinger gehen hoch und runter. Ja, und? Bleib stehen, bis die Kamera direkt hinter dir ist. Ja, weiter geht's nicht. Oh, hierher, der bewegt sich auf einem Fuß. Moonwalk und so, ne? Siehst du, es geht doch einigermaßen. Okay, bei dir nicht, aber... Sonst geht's einigermaßen. Ja, ja. Ja, ja. Game over? Wie viel hast du von dem Level geschafft? Ich war ja auch schon game over. Gar nichts, was du von dem Level geschafft hast. Was hast du mit dem Level wieder? Du bist nicht behindert. Ne, ach, ich muss extra 15 Minuten auf und du noch 15 Minuten. Ich hab viel, das wie schon gespielt. Hier muss ich schon einmal gespielt haben, außer ich. Ich hab dafür die allerersten, die beiden ersten Parts für Gameboy durchgespielt. Da steh ich in der Luft und dann fliege ich runter. Genau, und frohe Weihnachten. Weihnachten ist vorbei. Du, lass heute doch nur einen neuen Sound-Eason sein. Du kannst schon mal einen guten Rutsch wünschen, ja. Möge 2011 allen besser gelingen als 12. Und vor allem 10. Wenn ich euch irgendwas harten habe. Spring doch! Schaut euch nicht noch mehr LPs von TheFriends is 007 an. Auf Unhappiness Mine auch nicht. Ne, Unhappiness Mine macht keine mehr. No. Braucht euch nicht an. Der heißt, wenn ich's keine Ahnung mal. Ja, mehrere. Egal, wo ist der beste? Der beste Herb ist mein. Komm, Cooper. Weiß ich mal, der springt, ich meine, wir schon wieder so über die Kamera hinweg und durch mein PC überall. Ja, Mario ist nicht ein Virus, das springt dann überall rum. Das ist eine schöne Erkältung zu haben. Das ist richtig schön. Die erkennen man halt nichts mit deinem Nichtkönnens-Tuch. Doch, alles ist dessen schön. Ja. Das heißt, du warst in jedem deiner Part immer krank? Du, äh. Schaffst du noch? Gut, das gilt. Das gilt, dass du immer noch spielst. Das war doch klar, das hat nicht gesprungen. Das war doch klar, das hat passiert. Du bist gerade erst gesprungen, dann hattest du seine Ablinkzahl. Ja, Ablinkzahl. Wie die Calldown-Zeit. Ey, ich fange immer in meinem Netz besser mit meinem Handy rum. Ja, weil das Handy besser ist als meins. Ich hab nur so ein behindertes LG KPM 500. Wie viele Parts war ich jetzt eigentlich schon dabei bei Super Mario 2, ne? Ein. Ne. Ein. Ne, mit den Alten. Jetzt sehen. Da war ich doch mit Benni zusammen hier. Ja, jetzt ins 2. Ja, ich dachte jetzt so, wie oft. Was wäre denn hier? Das ist schon kaputt. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Das muss ich auch machen. Das müssen nur die Knöpfe erklärt. Ich gucke mir, wir können nur die Knöpfe hoch und nicht. Tschüss zum Rennen. Warte mal. Ich meine, Tobi durfte auch spielen. Warte. Schau mal auf. Nein. Ich würde nur einmal Game Over gehen. Okay. Ich kann ein bisschen zwei Stunden auflegen. Was weißt du denn? Du brauchst ja wieder 10 Jahre dazu Rennen, aber egal. Was hast du denn im Leertast? Das ist normale Springen, ne? Die Pfeiltasten ist klar. Dann benutzt du, was benutzt du denn da? T ist zum Rennen. T ist B und ne Spin Jump machst du mit? Ja. Ja. Oh, okay. Manchmal springt er, manchmal schluckt er. Ja, ja, ja. Vielleicht geht die Lehne wieder ab, dann brechen wir zurück gerade wieder. Okay, merkt euch, wenn ich spiele, dann, ich hab dieses Spiel noch nie gespielt und erst recht nicht mit dieser Steuerung. Hat Tobi auch gesagt. Tobi hat sein LPs oder sein Account nach sich benannt. Fehler. Fail. Wie steht's? Getagt, Tom? Warum hast du die Lehne jetzt Covid gemacht? So, noch ein Stuhl im Arsch. Ich hab schon den vom Arsch. Hey, den Sessel können wir bald abholen. Gut. Ja. Ja. Warum willst du eigentlich nochmal Game Over? Hättest du mir auch so geben können. Genauso viel geschafft wie vorher. Na, ich will nicht nur auf die Plattform, auf diese Holzplattform hinbekommen. Da kann ich dann selbst machen. Hahaha. Weil ihr so gut bin. Ja, versuch mal ohne SafeState. Genau wie der TT. 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 Man muss ja auch mit SafeState spielen. Genau wie ich. Geh mal. Komm jetzt. Na, ich will nicht. Wir haben die scheiß Plattform. Ich will versuchen. Nur mal versuchen. Ich will abkratzen. Versuche. Du schaffst das so eh. Du bist zu blöd dafür. Ja, deswegen bin ich auch ein Part. Ich hab alles ja drauf. Ja, sieben Monate Part und drei Level geschafft. Heiß ich im Euro 28, nee warte, 23 Part, es kommt mit dem Spiel durch mit allem. Springen doch höher! Warum mach mal nur fünf Leben, ey? Warum kann ich ein Leben haben, damit der schneller Game Over geht? Nein. Nochmal geben wir mal. Jetzt bin ich dran. Wofür hast du das jetzt gespeichert? Ja, kann auch um reinzugehen. Du willst nur nicht, dass ich spiele? Doch. Krant. Kannst du oder soll die ganze Zeit einfach auf die scheiß Plattform kannst du den ganzen Tag spielen? Rädern kann ich sagen. Ach, scheiße. Nein, kann ich's denn so oder so nicht. Warum nicht? Nein, hier konnte wieder nix finden. Da musst du dir merken, wo du die geschnittenen Parts hinspeicherst. Ja, auf dem Desktop. Ach so. Und dir ist auch gar nix auf dem Desktop. Nein!! Meinst du das? Jaaa! Boah! Kack. Ey Leute, spielt dieses Spiel und lacht ihn aus, weil ihr schneller und besser, fände als ihr. Schieb eine Video-Antwort! Von diesem Kack extra, die weiß gar nicht, wie ich bin. hier hier habe ich nicht überhaupt was für Exits waren immer noch? Sind wir noch bei den Exits? Ich dachte, du hättest jetzt schon weiter gespielt was ist das Sterne? hast du die jetzt durch? was? so ich dachte, du hättest die Part schon aufgenommen du bist nicht doof, ey das musst du dir echt noch selber sagen und ich frage mich, warum du nur 4 Aufrufe hast wie ist 4 Aufrufe? 20, Mann, 20 dein letztes Video hat 4 Aufrufe ja, ist viel alt, ein Tag, wow ich werde dir so doof an lass mich mal nein, ich werde jetzt auf diese Plattform da warum? du guck dich, du guck dich wieder rechtslauf genau du hast doch unten gedrückt du hast beide Tasten gleichzeitig gedrückt mit den Wurstfingern du drückst gerade nicht auf oben ich stehe mir auch hier so oh, alles gleich an die Drücke nur weil der besser ist als du bist geil, 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 4 du weißt ja, das ist eine absurde Ersucht die Kaiser Mario mit 10 Parts durchgespielt nein, anders er hat Kaiser Mario durchgespielt das reicht schon hast du gesehen? guck mal, ich springe ja so hoch wie so ein Judo wir springen immer hoch, wenn du drauf springst und danach springen drückst du drückst aber immer kurz vorher springen und du springst immer in die Viecher rein aber rücken tut weh rein oder drunter rücken tut weh ja, lass mich verspielen nein kannst du dich auf den Schuh spielen dann wächst aber die Stuhl ich setz mich mit dem Stuhl dahin traust du dich überhaupt noch die ins Internet hochzuladen? irgendwann bist du auf ich das sage schon ey, du bist so der Super Mario zu spielen ne, ja, ja Idiot ja, ja, ja ich bin dran komm jetzt ja ich bin dran ja mal guck wo geht's nicht weiter kratz oder so ja ja guck komm komm ne, nee, noch nicht drück ja komm schon mal Du brauchst es nicht aufstehen. Hier, kannst du dein Stuhl zusammenbauen. Du weißt schon, dass der immer noch weiter aufnimmt, ne? Ich weiß. Ich finde die Knöpfe schon heraus. Oh, kein neues Spiel. Ja! Oh, bin ich nur einmal drauf gesprungen. Wird so richtig geil, wenn die Rotz so in der Lase. Du nimmst auf. Du nimmst auf. Ja, Jupp, die Witte. Guck mal, da klebst du richtig zusammen. Geht sogar. Ich freue mich, dass ich drohe. Zwitz. 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 Äh, Schwitz. Ich mach das jetzt so. Ja, komm. Du bist vor, dass du was? Boah, Juno, das läuft. Das läuft zehn und so, ne? Jetzt, ne? Das ist ja, wo das gespielt ist. Das ist so, glaube ich, bei Borussia Kampen, so. Das ist ja schön. Oh, stell dir mal vor, du hättest den nicht gehabt, dann müsstest du die ganze Zeit auf dich springen, damit du dann... Also, ne roten Switch Palace. Ja, komm, ich mach schon. Bist du was so vor, um das zu machen, ne? Was denn? Ne, so, komm, jetzt muss ich meine Hand schon wieder Belege auf die Maus. Spürst du da so mitlegen, soll dir recht irgendwo anders was? Dass ich die rechte irgendwo anders hab? Ja. Hätte ich so gern. Genau. Das kannst du und du. Das länge der. Das sagst du? Was sagst du zu mir? Also, ja, Tobi, Tobi macht so, ja, dass man rausgeht. Würde hier oben so eine Wand scheinen, der würde hier rüber, dann so springen. So. Dann so rein, den Kopf dagegen und dann rein. Ja, genau, Kirby. Load Game, genau. Kirby, genau, ich länge gleich Kirby auf. Ich will meine Skills. Du, du kannst ja nicht bei Kirby spielen. Lass mich doch Kirby spielen. Alter. Voll verpixelt alles. Gott, voll an. Klar, mitten im Sprung, ne? Oh, schaffst du doch. Es geht sich nicht ums Schaffen, sondern Load Game, wenn dann nochmal drauf zu knähen, hol dich voll aus. Oh. Ja, woher soll ich wissen, dass der auf einmal so ganz weit oben ist? Gott, tschau. Wusstest du doch selbst, ne? Klar. Ja, wie oft hast du dieses Level schon gemacht? Ganz oft. Kamera ist cool, ne? Ja, was soll ich denn machen? Soll ich denn noch warten, oder? Ja, ja. Spring. Ich spring doch. Fall in die Labe. Du musst brennen, ey, du Junge. Aber was wolltest du eigentlich sagen? Du wolltest bestimmt Jute sagen, ey. Was ist das? Das darf man nicht sagen. Qua. Sips RP. Der darf doch kein Nazi-Zeichen, oder? Ja, der Hakenkreuz, äh, Guia, YouTube, kannst du wie sagen. Was darf der nicht? Der hat doch damals sein Minecraft-Part, ähm, mit Banda und so, als er noch rausgebracht hat. Guck mal, Creeperface, so ein Haken-Strich. Ja, achso, den Part meinst du? Ja, ja, das war ja jetzt auch ein bisschen vertrieben, ne? Oh, Mirko, war ich noch letztens hier auf Mario und so? Was denn? Hm, hättest du jetzt sagen müssen. Nee, nee, werd ich auch nicht mehr sagen. Okay, gut. Ähm, ja, ich mein, auf Tastatur ist das verkacke. Können wir nicht eben einen Controller nehmen? Du hast doch diesen einen, der aussieht wie ein Xbox-Controller für Let's Plays. Warum benutzen wir den nicht? Den einen da. Du musst ja noch extra gekauft, den, den alle Let's Player benutzen. Hab. Hast du gar nicht? Nö. Ach, nee, das war ich. Stimmt. Hm. Ja, hab ich mir zu Weihnachten gerichtet. Alter, deine Taste klemmt. Ja, hm. Ich schieb's genauso wie Mr. Failer, alles schön auf die Tasten. Ja, guck dir das doch mal an. Ja, das war jetzt dumm halt. Müsst ihr grad so dieser kurzen Abkratzen? Wollen wir mal ein Bild etwas kleiner machen. Mit einem Laufen, aber komm, macht da so viel Spaß. Oh. Hallo. Mach jetzt. Hallo. Hallo. Mach doch. Was denn? Lot gehen. So auch Pokémon spielen. Okay, komm. Mitten im Part machen wir jetzt irgendein anderes Spiel. Komm, ich brauche unbedingt Hilfe. Die macht, was macht denn Hell? Hell. Sheetet. Komm, ich gehe direkt auf Sheet. Das habe ich auch. auch schweben durch. Guck, schon wieder. Ey. Nee. Mach den anderen. Du weißt, wo das ist? Wenn jemand weiß, wo das ist, der kriegt dann... Nee, nice. Wir machen das Eis für mich. Wir machen Eis für den Kuh. Kannst du losst den mal. Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt kann man mal richtig spielen. Naja. Zwei Stunden auf, aber geht bestimmt um für die Sleveleck. Ich hab ne Mecke an's hier mit HellplusMine gedacht. Warte mal. Warum HellplusMine? Ja, okay. Oh, krump. Ich hab das nicht in die Show von HellplusMine. Die haben überhaupt nichts mit zu tun. Okay. 7.4 hat mich dazu gezogen. Ich hab gedacht, die 4 auf. Dann kreisch hier so ein Mädchen. Wie in mir kommen auf der Autobahn. Ich kreisch, ich lache immer auf der Autobahn. Oh, na. Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, ich hab dir gesagt, das Achterbahn. Ey, du lenkst mich dauernd ab, war. Deshalb brauch ich diesen Verkrankten. Darf ich sind doch Kuchen. Das ist dann nur wegen dir. Der schlägt mich die ganze Zeit in die Seite und so. Und deswegen hab ich's auch nicht. Äh, genau. Das schon wieder. Komm, man bring dir jetzt auch damit. Mh, Witterliweiß noch Universität. Mh. Das ist so viel, viel saure Hilfe gemacht. Da oben kommt man nicht hin. Das ist nicht möglich. Ja, das ist mit Kaiser Mario Koffi und hier eingefügt worden. Du hast aber dein Kaiser Mario. Auf die Münster springt du so ein Tausendstel hoch. Tausendstel. Ich hab mal kurz eine Zeit, hab ich da auch von Maßeinhalten. Ja, komm, ja, komm. Sprinkst du eigentlich den Windschirm weiter? Nein, springt noch kürzer. Kannst du noch gucken. Okay. Du musst aber T gedrückt halten. Was gedrückt halten? T zum Rennen. Warum? Achso. Sprinkst du weiter. Warum hast du mir das nicht gesagt? Weiß ich gar nicht. Ach, du weißt das. Ich hab die ganze Zeit ohne gemacht. Aber ey, du bist so doof wie Mrs. Puff beim Kacken, ey. Dann lachst du auch noch wie, keine Ahnung, Goofy mit Asper. Jetzt ist er ja von alleine gesprungen. Mhm, genau. Spring, spring höher, höher, immer noch höher. Und das wurde nämlich auch noch auf, keine Ahnung. Also, das ist egal. Nehmen wir jetzt auf und dann löschen wir das sowieso wieder. Darf keiner sehen. Ja, schön, Michael. Was denn? Du bist aus dem Spiel raus und dann hat der nicht mehr reinget. Oh, was ist das? Gleich, das gibt Trackmania auch. Guck, wie das so läuft. Ich war doch da oben drauf. Mhm. Was ist das? Wollen. Manuel screenwánhs ist ne für ein Arsch, also egal wer das spielt. Lustig, ja, hab viel da auch Pilsbrühe. Was hab ich verriert? Den Pilz. Welchen Pilz? Was für ein Pilz, Fun? War da, guck doch ein Schimmelpilz, meine Mutter unter Fuß, ey. Gleichzeitig drücken, Hilfe. Spiele nicht, ey. Kann man hier einfach gedrückt halten, dann spinnt man hier die ganze Zeit. Leute, das ist doch schlau. Ich hab nur was ausprobiert. Das ist doch scheiße. Jetzt, lass den Scheiß, lass mich mal in Ruhe spielen. Ich bin in Ruhe, ich bin in meiner Mama. Die denken, die zwei Leute, die das gucken, denken sonst wirklich, dass ich das nicht drauf hab. Soll ich mal was um rum gehen? Ja, wenn du was um rum gehst, beendet ich die Aufnahme. Ja, siehste? Mach jetzt da, Lot State, dafür bist du hier. Mach jetzt, Lot State. So, ich bin das ganz weit weg. Der behauptet einfach, der wäre ganz weit weg. Ja, ist klar. So. 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 Ja, jetzt haut der die ganze Zeit gegen den Schrank extra. So, jetzt träg ich extra das Klikus-Cola. Dass meine Cola da liegen. Geh doch nicht an die Flasche dran. So. Ey, und der behauptet echt, der lenkt mich nicht ab. Ja, du wolltest doch hier. Boah, du bist voll schlecht. Da bin ich mal, weil ich bin viel besser. Da sieht man. Lass mich das mal einen Tag spielen. Guck mal, du spielst das schon seit Wochen und kannst das immer noch nicht. Ich spiel's gerade zum ersten Mal. Ja. Genau. Wo soll ich das denn gespielt haben? Zu Hause spiel ich wie Owe. Ja, spielst du wie Owe. Ist nicht so. Ich spiel's auch nicht. Hast du mir hier so viel installiert? Nee. Nee. Du hast ja nicht mal installiert. Nee. Ich hatte das schon lange. Auf der Festplatte. Auf der externen. Genau. Wir müssen das alles nur installieren, ne? Jetzt lade ich's auf die interne. Ja, genau. Das ist überhaupt keine Ahnung. Du schlippst trotzdem, wo ich gar nix mache. Doch, du lenkst mich die ganze Zeit ab. Wirklich, ich sag's gar nix. Ich bewege nur ein Stückchen. Ich versuche, das ist gut. Überfall. jetzt springt er nicht warum ist die vor allem so schnell die kamera da habe ich jetzt wieder reden nein oder habe ich das level geschafft ich schaffte trotzdem und ich gucke du verkackst trotzdem sagt der Fehler Nummer 1 ja aber du musst es ja wissen wie er das wird verkackt ja also ich müsste ein Fehler entweder durch und wo kam ich ein ganzes Part mit einem Gegner verbraucht hat wie hast du denn wie viele Parts hast du denn für die Gegner gebraucht der ist vor allem Gegner den ersten Gegner hat dauernd verkackt nix endlos ganz normal so wie Koopa und Goombas da hat da einen ganzen Parten verbraucht ich bin zu weit jetzt springt er zu weit er springt er zu kurz was denn nun der Springer gar nicht ich hab B nicht gedrückt ja das ist aber die B-Taste auf dem GBA scheißegal ja ja wir haben geschafft jetzt runter springt es gleich dann mache ich selbst in der Luft das war seit langem was wir da oben drauf dann macht er einfach hier so Linejump und schmeckt ihn tot ja ich bin wieder hastig geworden was nur 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 okay ich weiß jetzt was ich machen muss um das selber zu schaffen warum hast du nicht ich war die ganze zeit dass du siehst du hast ne macht einfach nicht also so wie es macht ein sehr wichtig gehe und gehe nicht weiter warte noch und warte und warte und du machst einfach nicht klar warte noch ein bisschen sich zu landet bin achte ich habe mich jetzt hier bereit welchen sonst war jetzt schon ich sehe nicht mehr worauf hast du gewartet du steigst auch bis runter geflohen ich habe jetzt selbst der gemacht weil du meistens dauer dauer tot genau so darf es die ganze mutter geflogen jetzt können ja auch schön bis hierhin zu kommen aber auch noch der einfach ein paar bis hierhin da hast du gesehen ich habe einen klub joko kommst du laut steigt du bist jetzt so hast du denkst du hast überhaupt keine ahnung äh genau du hast überhaupt keine ahnung du musst dir zeigen lassen schneller 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 warum hast du nicht da oben rechts drauf 200 worauf wartest du die ganze Zeit bist du noch rechts gehen wenn du rechtsklick machst bleibt das spiel gestehen also wenn ich da oben drauf stehe kannst du auch rechtsklick machen nimm die Hand da weg erst wenn ich hier drauf bin erst wenn ich hier drauf bin da hat das schon jetzt besser funktioniert so darf ich mich jetzt sehen 3 ja ich meine ich bin da unten auf dem der Kamera ist so lang siehst du man kommt da rupf ja ich bin mir jetzt ganz gespannt Ach, das kommt wieder verpackt, dass wir alles wieder von deinem machen muss. Schau. Das Level ist doch nicht toll. Was ist denn das für ein Level? Keine Ahnung. Nee, warte. Du kannst doch jetzt mal irgendwelche... Das ist die Gehsebrücke. Wofür? Für den Schloss. Egal wie lange der Part geht, ich will nichts machen. Dann ist Purus hier. Skill. Damit stimmt man nicht. Ich springe in die eine Richtung, der geht wieder zurück. Ja, Mario. Mario ist vom bösen Teufel gefallen. Von Luigi. Von Hitler. Jeden Schritt, den du gehst noch nicht in den Safe sitzt. Fick dich. Toll, da oben wollte ich jetzt hin. Schaff ich dir jetzt nicht mehr. Hast du dir gesagt, schaff ich ihn nicht mehr. Warum willst du da oben werden? Oh, das ist ein Pilz. Ja, ich muss aber nach oben. Keine Ahnung. Da ist Münzen drin. Achso. Was willst du da oben? Was willst du da oben? Was willst du da oben? Habe ich doch gesagt, ich muss nach oben. Weiß ich doch nicht. Ich hab ein Level. Habe ich dir gerade gesagt, dass ich nach oben muss? Was willst du da oben? Was willst du da oben? Habe ich dir gerade gesagt, dass ich nach oben muss? Habe ich nicht. Wir machen doch eh immer Safe State. Warte. Ja, das ist schon peinlich, aber dafür machen wir es ja, damit ihr lachen könnt. Ich meinst, ich mache es, damit ihr lachen könnt. Da ist keiner rechts. Schon klar, wo ich hin muss. Was ja so schön war. Ui. Warum bist du denn nicht hochgesprungen? Da müssen wir meckern, ne? Ich dachte, der springt dann immer. Ja, musst du wieder... Das ist doch nicht wahr. Haha. Hauptsache, ich hab die Münze. Ja klar. Hier steht Münze vor. Kannst du hier auch schön damit befriedigen. Weißt du, ich geh so... Ich hab hier unten schon, der geht nicht runter. Mama mia. Ja, das. Ja, ein Glasfisch. Ich wusste, das hat jetzt passiert, aber mir egal. Leute mit Humor lachen hierüber. Der ist aber viel schneller runtergegangen. Ja, das ist ja schon ein Arsch, wa? Na, ich mach das raus. Das ist kein Elefant. Hat man viel gehört. Hat man nicht? Schade. Kann ich mal. Wenn ich wär etwas früher reingekommen, wa? Na, hättest du mal... Du sitzt hier schon seit 10 Minuten. Wasch, ob du das Safe-Set hast du bereit heute? Nee. Mach load. Ah. Ich dachte, ich wär jetzt einen Schritt zu weit links gewesen. Oh, das hier ist ein beklopptes Safe-Set. Warum ist der wieder zurückgeflogen? Ey. Ich hab voll Panik gekriegt. Paraste. Die bei Dead Space. Ahahaha. Man kann da auch noch... Ey. Du wusstest ja nicht, dass das Spiel so unrealistisch ist. Weil fliegende Koopa ist, hat man überall. Dann noch die Infobox. Sie ist wichtig. Ich muss nicht durchlesen. Bitte reingehe, es kommt dann. Tipp für Topos. Erst an einem Bonus-Block, nachdem du mindestens 30 normale Münzen in einer Welt gesammelt hast. Warum? Ich finde das Leben... Wenn ich mir ins Tor... So. So. Falls du es da irgendwie runterfliegst. Ich flieg da sowieso runter. Wir haben das Level geschafft! Mirko macht ja die Siegespose. Gar nicht. Und weiß noch mal so schön mal die... Ah. Müssen wir es unbedingt machen. Und noch mal die ganze Schöne genussieren. Wie Mirko das Ziel springt. Und sonst schieft. Was? Kann ich jetzt extra mal? Ah, sag die. Und dann darf man runterfliegen. Das war jetzt extra. Ach du, wir packen da nicht mehr. Das ist das Ding jetzt schon. Nur 7 normal. 7 normal, komm. Bis ich 11 hab. Mindestens 5. Oh, die nehmen wir. Mirko macht's against. Die Siegespose. Ja, ich gar nicht. Ich lieb der... Ey, jetzt machen wir mal. Bonus Level hier. Komm, mach ich schon. Nicht wie letztes Mal. Ja. In deinem letzten Part hast du das auch so gemacht. Also der letzte Part, der im Moment online ist. Part... Exit Nummer 4. 5. 4. 5 ist online. Ja. Heute ist der 28. Ein Nebel. Schwul. Wir brauchen dich nicht. Warum Lout? Ja. Mehr leben. Brauchst du sowieso nicht. Ja, okay, brauch mal. Okay, geh mal. Ich hab nur mal schön den Genuss damit, auch die Fristin zu schmalen. Bis wir vier haben. Bis wir vier haben. Komm. Oh, vier. Ne. 19 ok wie viel habe ich 99 das ist jetzt 14 nicht und wie die beiden die streiten das richtung auf die wahl und so ja diese wohnen so gut wie gesagt aber sie meint ihren vater sein vater du kannst springen du kannst laufen ich war koopas die reise aus 2 jetzt hoch von diesem musste kommen wir haben die fliegen mit mir hier in die Fiecher mit mir mit der Arzt wir haben ja auch die Sprechsempfehler ich kann auf den Sprung die sie links die Boni über Kälfte leuchtet Leuchtturm sich doch nicht leuchtet die nächste erleuchtet der guckt guckt ich weiß gar nicht wie man damit umgeht wenn man sucht die Kopf-Tee aufheben oh cool komm Machen wir jetzt mal ein Speedfahren Ab jetzt Schau euch das ist dauer tot Instant tot Instant Kaffee Was soll das denn? Hast du das gesehen? rz Chant 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 Alter! Was soll denn dann? Immer schön auf nein Chant Was ist denn schon die ganze Zeit ? Ich seh schon es sei städtet in Wölz geile nix dort geht wird steht das ist ja der Mann dann schaffst du das geht gar nicht muss durch springen weil er schon tot ist doch sie sagte geklappt warte noch mal ein Spin Jump oh nein nix die Tasten so unnötig nein wieso spricht er bei einem Spin Jump so hoch? muss nur ganz leicht antippen die Spin Jump Tasten das schaffst du schon das funktioniert ja ganz schlecht Loads Date geht auf Loads Game ich gehe auf Loads Date die geht auf Save Same schade scheiß Katzenvieh Katzenvieh? hier ist es kommen mach Loads Date dann sterb ich kurz dann mach ich das Level neu das war nicht schwer das Level das geht Levels für den Arsch das geht ich muss nur kurz meine Nase putzen Leute die ist kein Elefant im Haus die ist kein Elefant im Haus kein Bock aufzustehen ich bin auf Schreibtisch das ist direkt so die ganzen Keime die rumfliegen die ich eke mich so dass ich ihn mehr spielen kann der Rotz in seinen Handtruck reinmachen du sagst du wissen wie es aussieht kein so oger kein so oger ne riesen oger ach da oben war noch eins ach da oben war noch eine Feder ist ja unfair oh bist du game over? noch nicht so oft wie du ja dann hab ich mit Save Same Spiel mhm ich verletze sowieso runter nur weil du speichern musstest das ist nicht das kann ich das ist auf jeden Fall möglich was soll denn das eigentlich doch mit deinem Safe State hör auf damit hör auf damit nein du machst das immer während ich renne das lässt sich mit dir abkommen Leute ich stehe kurz vor der Verzweiflung von Super Mario du ich nicht ich bleib stehen damit du ach das Rasa so wie so ein durchgekleidtes Drogenkind ne hallo 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 ja der warum bist der auf einmal so am linken so ja da kackst du ja auf heißt das kann doch mehr auf uns da guck geil ne extra ja ich sehe doch nix ich sehe doch nix ne der kackt du auch wenn ähm slowdown ist slowdown der alter ich sehe überhaupt nix du bist doch kacke ich sehe alles sell 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 weil ich viel zu viel drink spiels oh das müssen wir gleich abholen schön was soll denn da freut sich nicht und dann brauchst du stößt nicht mehr ne 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 das war weil wegen schwarz war Bildschirm schon wieder schon wieder wenn wir im Video gucken was für schwarz und Bildschirm ja im Bildschirm im Video sieht man das bestimmt nicht ne oder sieht man das dann nimmst du dann nimmst du ey ich hab grad so gut umlaufen dann doch das sieht man nur wenn es lowdown ist dann kriegt der voll das ist immer so was ey jetzt sieht man hier schwarze Bildschirm im Video ja na gut dann wissen die ja worum es ja die darf wohl nicht warte ab jetzt flackert der ja ach ruhig jetzt ruhig save step nein nein pah haha Michael will ich für ein gutes save step jetzt aber du bist der beste ihr seid unbedingt zum Emero gehen scheiße ich dachte ich kann ja von der Luft aufnehmen wie wirst du mal wenn der kreis Emero spielt extra von der abkratzt save step save save das ist nur jetzt so als mach ich save step das ist das ist das ist das ist das das ist das zwei stunden hochladen doch gesagt wie viele parts wir haben du kannst du nur 15 minuten machen nein doch nein warum nicht mehr wir konnten unsere parts auch nur 15 minuten machen ich kann zwei stunden machen warum das kann jeder wieso auf einmal seit wann weiß ich nicht kann ich mir sogar zeigen ne ne lang ist das nämlich noch haben wir noch nicht so lange weil ich weiß noch vorletzte vorletzte woche wollte ich ein Video hochladen ging auf 16 minuten und er gesagt ich nur noch der nicht was haben wir haben jetzt Donnerstag ne ja ne oder der mittwoch gestern kam doch Simpsons und von Hauptmann das ist die Widerung der Tourer auf ne ich hab die Widerung zweimal geguckt die um 0 Uhr hab ich auch noch mal sie wo springst du mal denn weil das dunkel ist ich sehe da nix deswegen springe ich einfach bevor ich mir dunkel ist Alter der Bildschirm ist schwarz wenn nicht schwarzer blinkt wo ja was blinkt der denn schwarz ja sie trotzdem alles der eben nicht doch nein doch so jetzt springen warte kurz naja kannst du gut davon ja mittelborn ey brauchst du nicht das war es jetzt nötig aber gerade eben nicht m das war es nicht es war es viel auf auch so bisher immer groß dann ich hab doch nicht wegen dem jetzt okay doch da rein mach den nicht Ja, siehst du, bitte. Sieht doch echt schön aus. Du musst ganz leicht dann da oben drücken. Na ja, juckt. Geil, geil. Komm ich dann auch im Level weiter oder komm ich da wieder raus? Komm ich im Level ein Stück weiter. Du bist jetzt runtergeflogen, hätte ich so ausgelacht. Macht doch. Weh, wenn der Spost jetzt da runtergeflogen kommt, dann fängt er auf sich zu drastisch. Dann kurz irgendwo stehen. Wie lange möcht ich noch stehen bleiben? Ich werde doch immer besser. Ich brauche halt nur ein bisschen Übung. Gerade bin ich ja durchgeflogen. Ach so. Boglepower und so, ne? Skill. Ne, ich habe langsam drauf. So, wir nehmen es noch bis 4 Uhr auf. Das muss noch 10 Minuten. Wir haben schon 2 Uhr. Geht richtig? Ah ja, die Uhr geht ja falsch. Ja, und dann kommen wir noch. 4 Boks dann. 4 Boks. Und da kommen wir mir, prawda? Wie lange wie lange. Dann dann machen wir noch morgens. Schaffe ich jetzt den Bock. Glcultural Ich brauche gar nichts dran. Doch. keine Bock Details Und dann geht es ab hier Ah, toll sieht so aus. Jetzt kommt erst so ein fetter Schack. Ah, die kam fester. Hast du schon gewacht? Nee. Warum machst du jetzt Load State? Dann machen wir... Dann mach gleich am Anfang dieselbe Save State. Ja, mach. Butterbrücke. Nicht hier. Erst schon drin sind. Load? Load? Oh, man stirbt recht. Sag mal, wird das klein. War es klein? Ja? Oh. Ich habe gerade noch Rose. War nicht ein klein geworden. Wo machst du denn Rose? In dem Level noch. Ach ja, stimmt. Na, egal. Was ist denn auf Kaiser macht? Wir sollten da rein. Ja, bei Kaiser Mario hätte ich das vorhin gebrauchen können. Ich habe für ihn Kaiser Mario durchgespielt. Deswegen wundert mich, dass ich hier verkackt kann. Größte Lüge. Okay, komm. Den haben wir gleich mal auf, ne? Ein Part. Mit Kameras kann ich das nicht. Nee, diese blicke Kamera da unten links, unten rechts regt mich auf. Sehen die viel. Ja, eben. Mich regt's aber auf. Du hast voll mit Spielen. Du siehst die ganze Zeit im Bildschirm hier. Man kann sich das dauernd an. Ich habe keinen Bock, das Ganze neu zu machen. Hallo, Junge. Oh, Skill. 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 Du kannst da rennen und dann dabei ducken. Du gehst dich da so durch. Oder Spinjab oben drauf machen. Spinjab geht? Ja. Spinjab ist schwul, Alter. Nur weil ich mich in der Luft drehe, ist dann, wenn ich auf einmal unverwundbar bin. Oh, da hätte ich aber durchglicken. Ach so, der Rex ist durchgehend am Pilz. Dann geht das Ding wieder hoch und du musst dann nochmal weiter rennen. Dann geht das Ding, also geht das Ding einmal ganz wieder hoch und dann geht's wieder runter. Ich wusste nur noch nicht, wie es weitergeht. Äh? Hättest du gerade machen müssen, nicht jetzt? Warum macht er das nicht? Was? Ey, Doppelspul. Ach ja. Ich springe auf den Stein, der Luft rutscht weiter, aber... Schön, nicht zu rutschen, du hast es schon, wie es dir anfühlt. Das kriege ich mir aber zu Rücken-Schmerzen. Ach, ich hab B gedrückt. Schon wieder... Wenn ich die nicht drücke, dann... Auf so der kleinen Kante hier. Da. Warum fachst du? Also nicht Safe-State machen, sondern... Auf Lots-State. Safe-State machen? Safe-State machen, warte. So hier Safe-State machen? Nein. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Jetzt? Ja, hör auf mich abzulenken. Leck ich halt, ja. Nee, Quatsch. Meine Mütze ist mir ins Gesicht gebraucht. Ja, genau. Hey, Rade. Nenn man das nicht mal Skill? Oh nein. Irgendwo kenne ich den Scheiß doch. Wie halte ich mich denn dran fest? Einfach umdrücken. Oder? Ja. Klar, das Schloss kenne ich doch. Da ist ein Pilz, glaube ich, drin. Da ist ein Ringen viel im Schloss. Ein Leben mehr. Ich bin Superman, ja? Super-Wild-Rituals. Ich wusste, dass das passieren wird. Muss ich mir hin? Rot-Block, so dass ich keine Ahnung bin. Das ist unfair, ich weiß ja gar nicht, woher hin. Ich glaube ich. Fuck. Naja, mach mal ein Load. Nein, nein, warte mal, nicht! Ich hab doch da den Checkpoint. Ich glaube, da ist irgendwas da oben oder so. Ich bin echt geil, wie du mit dem... Sein Kopf von der Schildkotter hat mich berührt. Ich bin gestorben. Meine Beine sehen. Gott, beschissene Viecher. Meine Beine sehen. Was ich besser? Ich habe das in den Nachmitteln. Ich bin echt nicht einiejtter. Ich bin echt eh. Ich bin echt nehm. Toll mit einem Schwung hessere Wagenkünfte gelangt mit Schaff Was muss ich machen? Ob wir drauf springen Achso Sag mal da drauf Ne, du musst die Bälle einser und dann zurückwerfen Kann das sein Einmal, der weg Wie oft muss ich ihn drauf springen? Ne, immer halt Achso, ich dachte, weil der jetzt Wie geht er weg? Was denn? Wieso geh weg? Ja, ich weiß Warum sollte ich weggehen? Der hat oft drauf gesprungen, wenn der so einen Lenkkack hat So eine Eimal Sprig Lude Renn Ich bin noch auf den drauf Ja, mach mal rein, ich guck Ich bin noch voll auf den drauf gesprungen Deswegen bin ich hier wieder in die Luft Hast du es drauf? Die Gegner sind hier die Einfachsten aus dem ganzen Spiel Also das ist das Einfachste am Spiel Da habe ich sogar heute Cooper öfter mal getötet Der hat Stacheln da drauf und trotzdem passiert nichts, wenn ich drauf springe Entschuldigung Was soll ich mal Was soll ich mal Was soll ich mal jetzt? Was ist denn? Hat deine Mama angerufen? Ja Wie oft denn noch? Ich war doch jetzt einmal Jetzt kannst du dran gehen Jetzt kannst du dran gehen Also Leute, bis zum nächsten Mal Hau dich rein